Ich meine, man hat immer das Gefühl, man kann nur mit Tech-Titeln Geld verdienen, aber es hat auch mit Brötchen mal Geld zu verdienen. Für mich war es ein bisschen Kaffeesatzlesen und ich glaube, es ist auch schnell gegangen. Jetzt ist die Aktie etwas tiefer. Würdest du jetzt kaufen? Ramon, schön, dass du da bist. Hoi, Roland. Wie immer meine Frage jetzt zuerst, wie hat man während den vergangenen drei Wochen Geld verdient? Es ist ja im Augenblick nicht ganz so einfach. Die Bewegungen an den Börsen sind relativ klein, gering und es ist ein bisschen wie bei einem Kaninchen vor einer Schlange. Die grössten Überlebenschancen hat man, wenn man sich nicht bewegt. Und wie machst du es jetzt als alter Hase, damit du Geld verdienst? Ja, ich habe lange überlebt. Das ist richtig. Und auch jetzt, die Überlebenschancen sind nicht so schlecht, weil es gibt immer wieder Möglichkeiten. Ich meine, eine Möglichkeit war das Gold auf der Long-Seite. Dann S&P Long-Seite habe ich aber falsch gesehen. Ja, da warst du vor drei Wochen negativ. Genau, aber Eurostox, DAX, die waren auf der negativen Seite. Und der SMI, der hat ganz schlecht abgeschnitten. Da hatten wir zwei, drei Titel jetzt drin, die halt einfach nochmals auf den Index gedrückt haben. Ja, so ist es halt. Da hat irgendwie fünf Positionen, vier laufen einigermassen gut oder sogar sehr gut. Eine ist daneben, aber am Schluss zählt das Gesamtresultat. Das ist so. Jetzt im Gold, ich meine, du hast ja die Expertise gezeigt, 1840 einzusteigen. Ich meine, da war kein Krieg, Israel, nichts. Und ja, hat sehr gut geklappt. Für mich war so ein bisschen Kaffeesatzlesen. Und ich glaube, es ist auch schnell gegangen. Und ja, ich meine, wir können es gerne anschauen. Wichtig, wie geht es jetzt weiter? Also wir haben jetzt ja hier den aktuellen Charter vom Gold. Man sieht jetzt die letzten zehn Tage vor allem einen steilen Kursanstieg. Aber das muss man halt schon im Kontext sehen. Also wenn wir dieses Zeitfenster auf eine längere Zeitachse übertragen, also in rot markiert, hat man jetzt in diesem längeren Chart drin diesen Ausschnitt, den wir gerade gesehen haben. Und dann kann man schon erkennen, dass es eigentlich wirklich nur ein Teil der Story ist. Und die grosse Story ist hier diese Seitwärtsbewegung, die seit Sommer 2020 schon anhält, ein sogenanntes Flag. Und das ist eine grosse Konsolidierungsstruktur. Und aus der heraus darf man eigentlich erwarten, dass es dann irgendwo in absehbarer Zeit, das muss aber jetzt nicht nächste Woche sein, wirklich nach oben weggeht. So gesehen ist da noch gar nichts geschehen. Ja, aber eben in dieser Zeit, wo nichts passiert, sind natürlich irgendwie ein 6-prozentiger Move, ist einfach viel und da möchte jeder dabei sein. Ja, also vielleicht noch, wenn wir auf die Studie zurückkommen. Das ist wieder diese Seitwärtsrente. Die Studie ist am 30. August erschienen. Vielleicht die Details, die müssen wir jetzt ja nicht ausarbeiten, da in diesem Video. Man kann das auf dem YouTube, bei den Kommentaren unten haben wir den Link platziert. Da kann man diese Studie im Detail nachlesen. Aber das war wirklich kalkulierbar, ohne dass man jetzt da über Israel oder so etwas Bescheid wissen musste. Ja gut, und du hast ja das letzte Mal noch, haben wir über Aritz da gesprochen. Genau, ja, ich meine, Aritz da haben wir ja empfohlen. Du hast dann gesagt, Preisziel 1,70, 1,75. War bei 1,73, ein halb im Top. Ich meine, alles soweit aufgegangen. Jetzt hat ein Verwaltungsrat verkauft für irgendwie 1,5 Millionen. Und das ist dieser Strich, den wir da sehen. Genau, und die Leute sagen jetzt, ah, vielleicht, man darf nicht vergessen, die Aktie hat fast 50 Prozent zugelegt in diesem Jahr. Ich meine, man hat immer das Gefühl, man kann nur mit Tech-Titeln Geld verdienen. Aber es hat auch mit Brötchen mal Geld zu verdienen. Ist ja interessant, oder? Also eigentlich mit einem Luxus-Nahrungsmittel, auch nicht mal gesunden eigentlich Nahrungsmitteln. Aber darauf komme ich gerade noch zu sprechen. Beim selben Thema reagiert die Börse sonst anders. Genau. Und jetzt hier hatten wir einen grossen Kursanstieg, hat aber auch seine Logik eigentlich darüber. Richtig. Und eben, ich meine, das Geschäft läuft weiterhin. Jetzt denke ich Konsolidierung, Rücksetzer. Aber du bist da raus. Ich bin da mit einem grossen Teil raus. Habe wie immer in Titeln, wo ich längerfristig bullish bin, behalte ich immer eine gewisse Position. Also eine Strategie, eine strategische Position, die du behältst. Und dann halt einfach im Trading-Bereich fährst du rauf oder runter. Genau. Ja, dann hattest du ja eine längere Geschäftsreise, USA. Ja. Ich bin gespannt, was du da gesehen, gehört hast. Wie läuft es den Amerikanern? Ja, also ich war am MIT. Ich war auch an der Wall Street. Ich habe da mit Jens Korte gesprochen. Darauf kommen wir ja vielleicht dann im nächsten Video zu sprechen. Aber was mir aufgefallen ist in den USA, die Nahrungsmittel sind extrem teuer. Ich habe jetzt da ein Bild von Trader Joe's. Das ist eine Nahrungsmittelgruppe, Nahrungsmittelkette, die zu Aldi gehört. Okay. In den USA, Trader Joe's. Sehr schön gemacht, wirklich. Man muss man sagen, auch vielleicht jetzt nicht ganz so im Super-Discount-Bereich angesetzt. Aber wir sehen da die Preise für Skirken Erdbeeren. 8,99 US-Dollar. Ja, ist nicht geschenkt. Ja, und du siehst, wie gross die da sind, oder? Nicht unbedingt, wie sich die Mozzarella hier auch zu satten Preisen. Die Avocado, wo eigentlich jeder weiss, wie viel so ein Stück kostet, irgendwie so 90 Rappen oder so in der Schweiz. Hier ganz andere Preise. Also die Leute dort, die haben wirklich zu kauen. Also muss ich sagen, durchs Band. Das hat mich wirklich erstaunt. Und es ist auch dort so, dass wenn du in eine Bar gehst am Abend, die sind noch halb voll. Also die Leute sagen auch, sie können sich das nicht mehr leisten. Also auch Professoren oder so von der Uni. Das ist wirklich eine erstaunliche Entwicklung. Und was man auch sieht, so Kleider oder so, hast du überall so 50 Prozent Abverkäufe. Offenbar geht das Zeug nicht weg. Also ich muss sagen, ich war da echt erstaunt, was da läuft. Ja gut, ich meine, wenn die Lebensmittel so teuer sind, dann nicht überraschend, dass die Leute dann wieder beim McDonald's enden. Weil dort ist es ja im Verhältnis einfach billig, dass man viel Kalorien kriegt für wenig Geld. Ja, das ist halt das Thema auch. Und du hast ja da eine Grafik noch mitgebracht. Ja, wir haben das mal besprochen, da mit diesem Medikament, das Abnehmen hilft, Diabetes-Medikament. Und jetzt kam da eine Studie raus von Morgan Stanley, wo sie zeigen, was das verändert am Verhalten des Menschen, wenn er dieses Medikament nimmt. Also nicht, wie das Medikament wirkt, sondern die Leute, die sich das Zeug spritzen, wie die sich dann ändern. Genau, die haben nachher weniger Hunger. Und vor allem, so wie es ausschaut, weniger Hunger auf nicht gesunde Sachen. Also wir sehen da, Alkohol ist drauf, dann Snacks, Schokolade. Und auf der anderen Seite essen sie mehr gesunde Sachen, Gemüse, Früchte, Pule, Fisch. Und mit dem nimmt man nach dieser Studie etwa 15 Prozent ab. Und wenn man weniger schwer isst, braucht man weniger Kalorien. Und wenn das wirklich alles funktioniert ohne Nebenwirkungen, dann haben wir vielleicht die ganze Weltbevölkerung gerettet vor zu wenigen Nahrungsmitteln. Ja, das könnte ja sein. Aber interessant ist ja, du hast mich auch darauf aufmerksam gemacht, als diese Studie dann erschienen ist, gab es ja dann einen Apfelkauf bei der McDonalds-Aktie. Genau, also es war Walmart, der das Ganze ausgelöst hat. Der hat in seinen Daten gesagt, Leute, die diese Spritze kaufen, die kaufen bei mir dann weniger von diesen ungesunden Sachen. Und dann hat man gesagt, oh, wenn das so ist, dann McDonalds müsste weniger Besucher haben, dann Leute kaufen weniger Essen. Dann war dann am nächsten Tag auch in der Schweiz mittlere Panik in Nestle, hat man inzwischen durch 5 Prozent verloren. Also was ich so interessant finde, ich habe diese Grafik natürlich vorbereitet, sonst hätten wir die nicht auf dem Schirm jetzt. Also jetzt im Nachhinein heisst, es ist aufgrund dieser Studie, oder? Also man sieht, wenn man sich die Grafik jetzt anschaut, auch hier eine wirklich impressive Abwärtsbewegung. Aber Tatsache ist, McDonalds hat vom 27.07. bis zum 5.10., wo, glaube ich, die Studie erschienen ist, 15 Prozent verloren schon. Und ja, als dann diese Studie erschienen ist, da gab es eher offensichtlich einfach noch den Rest. Dann ist sie auf minus 17,5 noch runter. Ja, und jetzt hängt sie dort. Genau, aber das ist ja häufig so. Die Börse nimmt ja schon sehr viel vorweg. Sprich, gewisse Leute haben das halt früher bemerkt. Und dann kommt dann am Schluss noch irgendeine Meldung. Und dann geht es dann ganz schnell. Aber es beruhigt sich dann wieder. Meist bei diesen Aktionen ist dann bald mal Schluss mit der Bewegung. Also kommt einfach die Räumung. Zuerst kommt die Bereitschaft zu verkaufen. Deshalb bröckeln die Kurse. Die Klugen erkennen das schon. Und die anderen warten noch auf Gründe. Genau. Die Gründungen irgendwo, die kommen dann. Und dann macht es Ritsche Ratsche. Und dann ist die letzte Ware raus. Richtig. Richtig. Ja, interessant ist es auch bei Nestle. Die Studie kam da raus. Und von daher rührt diese scharfe Abwärtsbewegung, das war etwas mehr als 5 Prozent, untertags, wo die Studie erschienen ist. Und zwei Tage später ist die Aktie sogar höher. Ja, aber eben, das ist so. Ich meine, Nestle, wenn man sich das vorstellt, logisch, die verkaufen Lebensmittel. Aber die verkaufen ja alles an Lebensmitteln. Und ein Analyst hat aufgezeigt, dass es eventuell, wenn dann wirklich viele diese Spritze nehmen in den USA, dass das dann Prozent ihrer Sales ausmachen könnte. Ich meine, wir sprechen da von einem Prozent. Und das in vielleicht vier, fünf Jahren. Und dann hat die Aktie halt kurzfristig reagiert. Jetzt ist sie wieder da, wo sie vorher war oder eben vielleicht sogar noch höher. Und ja, ich meine, die Aktie ist sowieso schon schlecht gelegen. Ich meine, ist dann auch noch diese Frage, man wartet und wartet und dann kommt noch ein Grund, zu sagen, ja, jetzt verkaufe ich auch noch, weil ich habe jetzt Angst, es geht noch weiter runter. Ja, das sind halt die, die einfach gewartet haben, ewig. Genau. Und dann kommt dann das und dann ist fertig. Also eigentlich aufgrund von diesen Entwicklungen müsste man eigentlich eher sagen, der Markt ist ausgedruckt. Es geschieht nichts mehr. Ja. Du bringst negative Nachrichten. Und die Aktie ist nach unten quasi überdehnt. Und dann müsste man eigentlich zu kaufen beginnen. Sicher eher auf der Käuferseite als auf der Verkäuferseite. Definitiv. Also wenn du möchtest, dass wir vielleicht jetzt Nestle oder auch eine andere Aktie dann im nächsten Video uns zusammen anschauen, Ramon und ich, dann schreib das einfach unten in die Kommentare rein. Vielleicht auch Feedback sonst. Und dann schauen wir uns das dann im nächsten Video an. Gut, dann haben wir auch noch Ypsomate. Das war ja auch so eine Geschichte. Ja, die sollte profitieren von diesen Spritzen. Die stellen ja Spritzen her. Und ich meine, die Aktie ist auch stark gestiegen und hat dann noch häufiger mal versucht, nach oben auszubrechen. Und dann mit dieser letzten Studie, die dann noch zur Dialyse kam, dass die Leute dann auf einmal weniger von dieser Dialyse bräuchten, hat man dann die Aktie auch wieder verkauft. Es ist schon irgendwie schräg im Augenblick. Es läuft so wenig, dass man sich irgendwie Dinge zusammenreibt. Also irgendwie ... Die Broker, die brauchen irgendeine Story, sonst macht niemand mehr Umsatz und die leben vom Umsatz. Ja, und dann springt man halt auf solche kleine Aktien herauf. Wir haben im Vorfeld von diesem Video auch bei Google abgecheckt und haben auch gesehen, dass es für Ypsomate wirklich extrem viele Suchanfragen gegeben hat. Offensichtlich haben die Leute gesucht, wo kann ich jetzt im Zusammenhang mit dieser Story noch etwas rausholen. Das hat aber hier jetzt nicht geklappt. Nein. Einfach, ja. Und dann zieht man halt einfach weiter, zum Beispiel zu Novo Norddisk. Ja, das ist die Firma, die dieses Medikament herstellt. Also nochmals, da geht es um eine Spitze, die kann man sich irgendwie in den Fuss oder im Bauch, keine Ahnung wohin tun. Ich nehme an, ins Bein, aber ich weiss es auch nicht. Es ist wirklich ein Diabetes-Medikament. Und das Problem ist jetzt ja schon, dass Leute, die wirklich Diabetes haben, das Medikament brauchen, dass die es nicht mehr bekommen, weil es viele Leute für anderes brauchen. Und die Produktionskapazitäten sind noch nicht da. Und das ist auch einer der Gründe, nehme ich an, wieso die Aktie einfach so massiv nochmals steigt. Weil man sagt, das ist so eine grosse Nachfrage. Die werden über Jahre einfach immer mehr, immer mehr verkaufen. Und ich meine, ich denke schon, wenn das weitergeht, dass die Leute von dieser Spritze noch mehr brauchen, dass die Aktie noch weiter steigen kann. Aber kurzfristig ist da jetzt einfach viel gelaufen. Also auch hier, wenn du denkst, wir sollen uns Novo Norddisk doch mal genauer anschauen, einfach unten reinschreiben im Video. Also ich sehe hier, dass das Aufwärtsmomentum zwar anhält, aber auch abnimmt prozentual, pro Zeiteinheit, wird der Kursanstieg immer weniger stark, verliert dann Dynamik. Das heisst für mich eigentlich, dass die Aktie nahe an einem Sättigungspunkt ist. Das heisst noch nicht, dass man sie jetzt verkaufen muss, sondern da muss man sich dann einfach sein Vorgehen etwas genauer überlegen. So ein Freelunch ist es wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Glaube ich auch, das ist vorbei. Lonza, eine sehr beliebte Aktie in der Schweiz, jedem Depot vertreten, nehme ich an, hat profitiert von Corona. Aktie ist nur gestiegen und wenn man keine hatte, war man wirklich nicht bei den Leuten. Ja, aber jetzt Hand aufs Herz, überrascht dich jetzt dieser Kursverlauf? Ja, ein bisschen schon. Also ich meine, dass sie irgendwann mal zurückkommt, 10 Prozent, 20 Prozent, vielleicht auch 30. Aber da, Lon, wir sind ja beide jetzt nicht neu im Geschäft, das ist doch immer so. Also wenn jetzt jeder, wenn eine Lieblingsaktie hat, dann hat die irgendwo einfach mal jeder, weil überall positiv darüber berichtet wird und wenn sie jeder hat, der gerne möchte oder noch könnte oder so, dann ist es einfach irgendwo mal fertig. Da kannst du positive News bringen, wie du willst. Ja, und dann kannst du eben auch noch negative News bringen und das ist jetzt ja hier passiert. Ich meine, x-fach CEO-Wechsel, dann eben Corona, wo man jetzt gesagt hat, der Umsatz war viel grösser nur mit Corona, als die Leute gedacht haben. Also sprich, das andere Geschäft läuft halt weniger stark. Marge ist ein Problem. Also da ist die ganze Kumulation und deshalb auch der starke Rückgang. Ich meine, wir sind zurück auf dem Level von 2019. Wir hatten mal ein Preisziel von etwa 420, haben wir, glaube ich, vor einigen Monaten rausgegeben. Jetzt ist die Aktie etwas tiefer. Würdest du jetzt kaufen? Nein, ich warte noch ab. Analysten sollten noch ihre Ratings runternehmen, Targets runternehmen. Braucht sicher noch Zeit. Ich sehe auch keinen Trigger, wieso es gleich wieder nach oben geht. Ich denke, jetzt ist wichtig, wenn man etwas kauft, dann wirklich günstig. Ja, also ich muss sagen, wenn ich das jetzt anschaue, also Preisziele können überzogen werden nach oben, unterzogen nach unten. Wichtig ist, dass die Richtung stimmt, die Direction. Und da muss man sich das halt anschauen. Aber im Augenblick sehe ich jetzt auch noch nicht irgendwelche Anhaltspunkte, dass irgendein Boden unmittelbar bevorsteht oder hier der Markt einfach am Austrocknen ist. Wahrscheinlich geht es schon noch tiefer. Ja. Hast du da irgendwelche Orte drin? Ja, ich habe mal eine reingelegt bei 300. Gut, schauen wir uns das mal an dann, vielleicht bei den nächsten Wochen, ob die noch erreicht wird. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Hinkommen. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, vielleicht noch ein Like unter das Video setzen. Und dann sehen wir uns hier in zwei Wochen wieder. und dann sehen wir uns hier in zwei Wochen, Tschüss. Und dann sehen wir uns hier in zwei Wochen.